gut da geht es aber noch mal weiter mit dbd wir leveln jetzt mal ein bisschen clown hoch irgendwie habe ich bock auf einen clown also als blutnetz jetzt haben wir ja ein paar gute jetzt haben wir ein paar punkte ok ich dachte es war was anderes jetzt gewesen oder eigentlich wiss ich mal für die hochlevel wegen blutsächter das mache ich jetzt auch danach so ausstattung so killer freddy wegen der blutwächter wo ich bin fertig jetzt gut da ist er meine hat es ja schon eigentlich tatsächlich ich habe es bei ihm jetzt drinnen ja 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 so is this here okay so 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 wenn auch was schönes komm wir probieren jetzt mal mit freddie mal was anderes spielen nicht mal mit michael wir probieren jetzt mal mit freddie mal mit freddie Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Einer fehlt sowieso noch. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dass 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 ich mich nicht mehr so fühle. So, wie gesagt, das erste Mal, nee, zweite Mal überhaupt mit Freddy, die ich hoffentlich spiele. Also wie gesagt, erwartet nichts. Michael ist eigentlich so mein Mainkiller, aber Freddy, naja, probieren wir es einfach mal aus. Ich versuche es mal ein bisschen durchzuwechseln und auch vielleicht mal wieder auf die Hexe zu ziehen. Jetzt haben wir den überhaupt als erstes. Ach, schon wieder die Anschalt. Da haben wir doch immer einen Viererkiller hingekriegt in der letzten Runde. So, Freddy, nur mit Ruf an der Krankenschwester und mit Blutwächter. Da ist doch die Fagmin. Die erste liegt schon. Ja, ich merke, dass ich mich mal gut drückse. Okay, mal hängen. Okay. Okay. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. So, da ist doch die Fagmin, glaube ich, auch dabei. Okay, da ist was anderes. Egal. Wurst du denn? Wurst du denn? Wurst du denn? Wurst du denn mal durch die Fensterlüfte? Ja, halt da. Klingt qualitär, Digge. Auf dich. Komm mal mit. Ich hab den ganz schönen Haken für dich. hier ja bitte schön ich sehe dich Fingmin guck mal neben dem Haken, das ist doch schön komm mal her ach der deckt mich doch, der ist am Arsch ok dann kommst du, das Volumen kriegt die wahrscheinlich nicht da hoch Fingmin hängt zum zweiten Mal, die eine hängt immer noch und muss mittlerweile kämpfen ja ok die hat sich schon sterben lassen wenn ich Glück habe, kriege ich es zumindest warte mal, ah scheiße, ist aber zu lange da oben bist du aber hier geht auch wirklich keiner aufs Retten, die gehen alle auf die Generatoren ok, ich habe nichts gesagt ich habe es nicht Ich meine, der eine ist jetzt gleich tot, wenn ich den nochmal kriegen sollte. Ja, du. Nämlich. Na, so, Kill Nummer 2. Ich glaube, die kamen trotzdem, sie versuchen das oben zu machen, den Generator. Bitte mal, was sind die Treppe? Wo? Wo, 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 wo? Hier. Okay, wo sind der jetzt hoch? Da. Die habe ich zu. Nummer 2 habe ich. So, gehen wir erstmal ins Haus. Zu spät, bis sie geschlagen. Was sind die? Jetzt habe ich sie verloren. Scheiße. Was irritiert wollte ich. Entstehen wir, wie? ... Musik ... Da ist was? Ich nehme mal da einen Generator, ne? Ist doch hier irgendwas in der Nähe, oder nicht? Die fragst du, wo lang? Ich merke einfach, dass ich nicht meine Boxen hab. Ich merke einfach, dass ich nicht meine Boxen hab. Ich merke einfach, dass ich nicht meine Boxen hab. Komm mal her, hier. So, wenn ich mich nicht vom Haken guckt. Das wär das gewesen, der vierte Order da drin. Aber die Frage ist, wo ist die? Warte mal, da ist irgendwas gerade gewesen. Wird ja klappen können. Ja, die wird mir die jetzt wahrscheinlich einfach mal... Bei mir klar. Bei mir war es fast ein Fehler, da wegzugehen. Die Frage ist, wenn wir schon die... Oder doch? Die Schranke, oder was? Ja. 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 Oah... Was ist denn der letzte? Was ist denn der letzte? Ja... Schöne, dass ich sie jetzt schon wieder verloren habe. Ich meine, sie sind beide verletzt jetzt. Was ist denn der letzte? Was ist denn der letzte? Weil theoretisch müsste ich hier eigentlich fast noch näher bleiben, damit ich für den Fall, dass ich sie anlocke. Weil die ist auf jeden Fall safe tot. Ich glaube, die Fengmin muss ja nämlich kämpfen. Also doch. Ja, voll. Und damit habe ich sie alle vier. Badam! Zweite Viererrunde hintereinander. Und das wird das erste Mal quasi mit Freddy. Was ist denn die? Oh! Die andere weiß ich nicht, ob die mir jetzt vom Haken noch hilft. Oh, die ich schon kämpfen muss. So kann sie mal sterben jetzt her. Das ist die Runde unnötig in die Länge. Mal gucken, ob sie hierher stirbt oder ob ich hierher die Luke finde. Sie stirbt, ja. Ich habe mal die 100 Punkte geholt für den Generator. Was ist denn da? Was ist denn da? 19er Killer jetzt. Das wie gesagt, obwohl ich noch nicht viel hatte. Der 16er dabei. Der war aber relativ schnell tot. Das war auch die... Äh, weiß ich nicht, was das war. Die 2er. Ja, das war auch egal. Gut, die 2er da vorne, okay. Gut, ich habe beim 3er jetzt ein bisschen gekämmt, um die 1er anzulocken. Aber ich glaube, das macht jeder Killer. Die war da ja auch verletzt. Ich glaube, keiner von denen hat irgendwas gehabt. Doch, hier die... Der Crazy Logger hier. Selbstversorger. Doch, die auch. Die Alina auch. Ansonsten nicht so. Die Alina auch. Die Alina auch. Die Alina auch. Ja. Die Alina auch. so probieren was man da nichts lohnt im neuen keller